Steininger hat schon früher erkannt, dass die Küche nicht nur ein Ort zum Zweck ist. Die Küche ist Lebensmittelpunkt, Ort des Genusses und obendrein ein stylischer Wohnraum. Wir haben uns spezialisiert auf Küche, Interior Design und Architektur. Wir sehen sozusagen die Küche als Produkt, als Designelement, wie auch gesamtheitliche Projekte. Und man kennt sicher diesen sehr lange, gültigen, althergebrachten Slogan, Form follows function, der seit über 100 Jahren sicher seine Berechtigung hat. Wir stellen da eher die Antithese auf und sagen, Ästhetik ist Funktion, weil es einfach auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Dinge auch gefallen. Dass sie funktionieren, setzen wir grundsätzlich voraus. Und Steininger setzt wieder neue Maßstäbe. So eine Küche haben sie noch nie gesehen. Wir haben gerade vor drei Wochen jetzt in Mailand auf der Isalone unser neuestes Produkt, unser jüngstes Küchenmodell, die Fold, präsentiert. Und wie der Name schon sagt, sind die Flächen gefalten. Was kann man mit Metall alles machen? Man kann es schneiden, man kann es kanten, man kann es falzen. Und wir haben es gefalten und dementsprechend sieht das Küchenmodell auch aus. Ob Fold-Küche oder eine andere persönliche Food Factory. Steininger Küchen werden an die Anforderungen des Kunden angepasst. Und zwar in der eigenen Manufaktur in St. Martin im Müllkreis. Von dort aus gehen die Küchen ihre Wege nach Wien, Mailand oder sogar New York. Und zwar in derritage ist auch nicht. Bis zum nächsten Mal.